Die Bayern gewinnen und damit noch mal herzlich willkommen zu Teil 2. Das hat jetzt auch nicht mehr viel gebracht, weil das Spiel gleich zu Ende ist oder ist es ja schon zu Ende. Also die Siegerfeier und da sehen wir noch oben am Olympiastadion geht's noch mal los. Die Bayern-Feier steigt heute in Berlin. Also, sie sind Meister, sie haben es geschafft. Und ja, ich verabschiede mich, wir sehen uns im August, wie gesagt, mit den Toren, mit den besten Toren, die ihr aufgewählt habt. Ich hoffe, ihr wählt hier auch aus, damit wir dann ein Video machen, das wird ganz funny. Und ja, ich bedanke mich, bis dahin wünsche ich euch was. Ciao!